ja guten tag und herzlich willkommen zu einem neuen podcast der anderen sorte hier bei mir habe ich live im studio den werten c des spins und den netten onkel von gamers so gut davon jetzt mit es geht weiter mit live in der woods live hier vom wood und ich bin gerade am baum bauen hallo klappergau gold klappergau da wusste ich dass du bei mir das hat nicht funktioniert ich finde so eine dreimal dreidecke genügt durchaus was willst du machen andy ein baum ein baum eine dreimal dreidecke in einem baum oder was nein ein dreimal dreidecken baum aha ich könnte noch ich könnte noch noch größer machen was vielleicht auch kommt dass ich den den unteren teil größer macht dass er vielleicht auf vier mal vier oder fünf mal fünf sogar ist das kommt drauf an ich weiß gerade im moment überhaupt nicht was du meinst aber es hört sich gut an deswegen sage ich ja für dich gilt teleportverbot zu mir richten holz ich habe schwarze ich ja habe ich auch aber ich brauche gerade im moment wieder pichtenholz 64 64 hoffentlich mal dass es nur ein bisschen lang jetzt wo alle ich so viele ich bin konzentriert und der andy ist auch nur hat einfach aufgehört zu labern ja ich habe fehlbau gemacht aha ich hab die leiter auf der anderen seite deswegen habe ich die leiter nicht gefunden nice so jetzt sagt man wieder gar keiner was ja ich bin gerade ich war gerade am balancieren das hatte ich vor ein paar folgen schon mal das wollen das war ja die folge die heute raus kamen panik mit dem wolf joker ja ich glaube ich glaube da war es ja letztendlich stelle man sagt etwas schweigen breitet sich aus die stille schon fast unerträglich dann sagte cdspins etwas was alle erschüttern würde nämlich ich bin mal gespannt was das wird hier ein baum was meinst du nein ich hab doch vorhin im gamemode schnell die die scheiß akazien weggemacht jetzt hast du wieder hingeplantet nein nein ich bin nicht aus dem gamemode rausgegangen classic ja echt classic ich denke mir schon warum habe ich immer noch so viele cheaten muss gelernt sein was heißt hier cheaten man da ist aber jetzt doch anders drauf zuerst cheaten und dann sich raus reden wollen was ist die cheaten ich habe einfach keinen bock hier die selbe scheiße fünfmal zu machen doch hast du okay da nee habe ich nicht nein habe ich nicht nein hast du aber zu haben nein habe ich aber nicht überhaupt fast welchen tot gefallen sollte mir am boden der absicherung machen nachschleiß auf die absicherung so und das hat es verkleidet draußen wollte ich nicht und soll ich euch was sagen die dislikes sie kommen so oder so so die blätter die sind so ja jetzt haben wir endlich die blätter um leute ich habe es geschafft die blätter sind jetzt kommen sie rein an die blätterung oder habe ich die geschafft ja 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 so was was ich dann außer wesentlich viel holzbrock ist da laub toll laub braucht tonnenweise hast du in deinem keller noch diese kabel durch blocks also diese diese schrägen wer ja egal wer fragen egal wer habt ihr schlecht befragen in meinem keller ist noch was davon aber das ist weit weg ja so weit ist es auch nicht ja mir ist egal wer für mich übrig hat wäre es ja nicht jetzt klimpert hier die scheiße hier durch das ist doch kacke was denn hier läuft das ist ja doof ich bin mir gerade gar nicht sicher aber die sind doch ganz schnell zu machen brauchst nur holz und ich habe eins verloren jetzt zwei verloren man jetzt wo er hier steht doch irgendwas nicht barriere des zimmermanns mit fichtenholz wahrscheinlich wieder oder genau auch mann aber scheiße jetzt kommen nicht mehr drauf wusste da ist irgendein denkfehler drin gewesen sagen er ist nicht dein ernst entspannung tour geht nicht egal aber entspannt euch nicht zu sehr platulenziales grüßen sonst entfleucht euch ok jetzt esse ich den heute mal guck mal ich habe noch dings ich esse gebackene bohnen weil wir jetzt gerade bei flatulenzen sind schätze das dürfte ungefähr reichen ungefährepend 다들 bankcastberlin rink ding hang 경 Ich brauche Fichtenholz, 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 Fichtenholz. Das ist das A und O. Oh, da habe ich doch. Perfektolissimo. Basta, basta. Oder brauchte ich nur Closetone? Ich muss mal hochgucken. Ich kann vielleicht, dass ich die Schrägen gar nicht mehr brauche. Wo ist der Hammer? Wo ist der Haken? Der Hammer. Der Hammer, der Hammer der Erlösung. Pam, und aus und vorbei. Thor ist Hammer. Thor ist Hammer. So ist er? Ja. So. Da vielleicht noch? Hä? Könnte es tatsächlich sein, dass mir diese Menge... Cedis? Ja. Ist die Menge schon recht? Ja, lieber Onkel. Du hast hier oben meine Plattform weggemacht. Jetzt wirst du sterben. Spüre den Zorn vom Gamers Check. Er checkt dich jetzt in deinem eigenen Game. Check dich aus. Die sollte leuchten. Die Plattform. Warum? Weil die leuchten sollte. Warum tut er so? Leute. Warum redet er so aggressiv? Er hat meine Plattform weggemacht. Und warum leuchtet seine Plattform nicht? Und warum hat er keine Radiostimme? Plattform. Und was hat er die ganze Zeit mit Blättern? Ja, genau. Deswegen ja Plattform. Ne, Plattform. Naja, Plattform. Bloing, bloing, bloing. Deswegen ist sie das jetzt von unten so abgerundet, weil meine Plattform weg ist. Deswegen sieht es so scheiße aus. Aber ich mach das ganz einfach mal so. Okay. Ein paar kann ich verschmerzen, wenn die runterfallen. Gut, dann machen wir halt hier auch so eins rein. Wenn er unbedingt will. So. Ah, hier geht die Treppe aber immer noch runter. Ah, okay. Das hat er gelassen. Immerhin etwas. Wo? Ich hab doch hier oben eine Blättertreppe gemacht. Das ist dir gar nicht aufgefallen, ne? Beim ganzen Zerstören. Ja. Weil die geht nämlich dann hier runter. In meinem Zerstörungswut. Und hier kommt dann, das kommt weg. So. Und hier kommt dann auch noch so eine kleine Aussichtsplattform hin. Genau. So, wie schaut denn jetzt das Ganze von unten aus? Wenn es höher ist. Ja, es geht schon irgendwie. Aber ich fand es eigentlich vorher schnuckeliger. Ja, aber jetzt ist es auch schon zu spät. Es ist zu spät. Es ist viel zu spät. Wir müssen ins Bett. Ja, und ähm, ja. Diesmal werde ich mich wirklich für heute verabschieden, weil... Ich hab keinen Bock mehr. Ich muss hier eine kurze Pause dazwischen legen. Die Decke, die macht mich aggressiv. Aggressionen. Ich mag Aggressionen. Ciao, Leute. Tschüss. Und bei den anderen noch viel Spaß bei den anderen zwei. Ciao. Ja, komisch. Komisch, der Kerl. Das ist auch komisch. Aber lass doch bitte... Radio FM schießt mich tot. Sag dann auch mal wieder auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören bei diesem Podcast. Und ich bedanke mich für den zwei Gast-Sprechern. Bis zum nächsten Mal. Jo, dann sag ich auch mal Tschüss. Tschüss. Tschüss.